Hallo Leute, schön dass ihr dabei seid. Heute geht es um meinen Neck Knife und den Mora Necki. Das habe ich euch im Video vorgestellt. Ich bin noch nach wie vor zufrieden. Kein Ding. Das habe ich euch schon mal gezeigt. Funktioniert auch nach wie vor tadellos. Aber ich dachte mir mein Necki brauchen wir neue zu Hause. Da muss man was Neues her. Diesmal sollte es aus Leder sein. Also meine erste Lederarbeit überhaupt. Eigentlich hatte ich schon lange mal vorher was mit Leder zu machen. Ich habe es einfach mal probiert. Wenn ihr Bock habt bleibt da dran. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.